So Wir haben noch einen Schuss hier Oh, was ist das denn? Der Tim was vor, stimmt, den geben sie die Probe, ne, ok So muss man wahrscheinlich irgendeine Probe eingeben oder so Juhu Und einen Dietrich brauchen wir hier Nochmal flüssige Chemikalie Jetzt finden wir flüssige Chemikalien Gestern Oh, ein Kraut ist gut Ist halt kaputt Ja, da haben wir jetzt natürlich kein, äh Nichts zum Schmelzen Wollen wir hier wahrscheinlich erstmal nicht weiter, müssen erstmal in den Fahrstuhl Hm, ok, also müssen wir hoch Wollen wir noch was zum heilen? Wollen wir irgendwas zum heilen nehmen? Ja, dann machen wir das so Ich hasse das, wenn diese Blühflecken nah am Rand sind Hoppa Das ist die Kapitän's Bridge, oder? Ja, Tatsache, wir sind auf der Kapitän's Brücke Gucken wir gleich an Ja, Wahnsinn, ey Bombe mit Fernsehender Weil ich das auch so gut kann Dann gehen wir mal In den Computer, mal gucken Was kommt jetzt? Das ist wieder irgendwie ein Rätsel Oh Achso Achso Oh, Mann Oh, meine Fresse F***ing Resonations Wo ist sie? Also das, was wir suchen, ist ganz unten S2 und das ist Deck Cheese Pulver Aber gleich mal hier Muni verbraten Kraut Waren wir da schon drinnen? Nee, ne? Gehen wir da mal rein Captain's Cabin Oh, schicke Sofa Oh, was hat... Oh, nein Wir brauchen einen Schlüssel Was ist das denn? Das ist MG wahrscheinlich, ne? Kreuzschlüssel Karte des Schiffs Sehr schön Wäre auch zu schön gewesen, oder? Wäre zu einfach Ja Ja Wo könnte man den Schlüssel verwenden? Wo gab es eine Möglichkeit, den Schlüssel zu verwenden? Hat jemand von euch vielleicht aufgepasst? Nee, ne? Ja Scheiße Doch, achso Warte mal Wahrscheinlich im Fahrstuhl wieder Wir müssen quasi wieder zurück wahrscheinlich Wie bin ich denn eben hier reingekommen? Irgendwo runter, ne? Also müssen wir da wahrscheinlich runter springen Ok, machen wir das einfach mal Oh, mein Gott Ach, das ist wahrscheinlich hierfür, oder? Jo Oh Also hier können wir schonmal was einsetzen Das waren die Sicherung und Kabel Gehen wir erstmal nach oben Jetzt sind wir... Second Floor Ich meine, eigentlich waren wir schonmal Ja, hier brauchen wir was zum schmelzen OAH! Mann! Fuck 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 yay Malerloge tot mit der letzten muni wahrscheinlich hat es nicht mal was gebracht oder Schießpulver ja gut aber schon mal einmal muni wieder ok oh Dietrich wo konnten wir den Dietrich nochmal diese Truhe oben auf dem Deck glaube ich oh guck mal hier muss man nur noch wissen wo diese Truhe war das war so klar das war so klar ich lasse mich raus hier fuck 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 schießpulver sehr schön fraut und safe second floor safe ok muss ich mir mal irgendwie muss ich mir das merken oder ihr könnt euch das auch merken gerne Munition 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 oh Maschinen fuck ist erstmal nichts mehr second floor auf jeden Fall die safe verschwinde ich das jetzt nicht zumal der ja nicht mal mehr Arme hat Überlebenswasser jawohl auf jeden Fall schon mal der Netzmittel sehr schön und ein Brief das hatten wir doch glaube ich schon oder ach ja klar aus dieser Vision aus diesem ok da haben wir natürlich nichts drin und ich glaube auf diesem Deck können wir auch einmal das Edzmittel benutzen da hinten Bombe mit Fernzimmer vielen Dank hallo ah ok so dann laufen wir einmal nochmal rum was kannst du nachlesen so hier können wir das Edzmittel verwenden hoffentlich ist da was schönes drin hoffentlich hoffentlich so give me Munition oh mal diese Bomben mit Fernzimmer schrankschlüssel sehr schön dann gehen wir gleich direkt mal nach oben und holen uns die MG flüssige Chemikalien wieder huntings live wieder scheint hier wohl der Renner gewesen zu sein gut also die Kabine war oben das heißt ich muss jetzt wieder in den Fahrstuhl und nach oben oh oh irgendwas ist doch gerade gespawnt hier oder also hier können wir schon mal den Dietrich verwenden ich hoffe da ist was schönes drin nicht in den Ernst eine fucking antike Münze ja kann ich nicht mal werfen die Scheiße Wow 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 kann da schnell kriechen alter Blöde Sau Mal heilen Ach, hier ist auch Das ist mir komplett verwirrt Ach, das dritte Platz Das heißt, ich muss die Treppe nochmal nach oben Achso Ist aber auch ein Irrgarten hier Florian, also was kann ich nachlesen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden Go, go, go Go, go, go Go, 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 go sehr schön so irgendwas wächst doch ist das schon wieder? Bombe mit Fernsehner ja natürlich ist da wieder vor der Tür was war ja klar oder? achso, das, achso das hab ich gar nicht gelesen da oben second floor safe, achso boah, ja echt mit Ankündigung eigentlich irgendwas noch zum kombinieren verbesserte Pistollmunition ich neige ja schon ich könnte das Kraut ja auch so fressen, oder? ich lass mich einfach nicht mehr treffen ja jetzt haben wir die MG haben wir noch gekriegt ich nichts ja, dann müssen wir jetzt wieder in den Fahrstuhl second floor war da eigentlich noch irgendwas? ich glaube nicht, oder? ich glaube, das ist ja da gucken wir hier nochmal eben second floor oh ja dann müssen wir den einfach herhauen, ja war so semi aber was soll's ein paar Schuss haben wir ja noch hier haben wir auch schon ist schon durchgeguckt vielleicht irgendwas vergessen nein, der safe wieder ein paar Schuss haben wir auch schon Auch nicht schlecht, oder? Hä? Oder ist er tot gewesen, ne, oder? Ich meine, hier waren wir ja ganz am Anfang, okay, aber... Ich glaube, wir speichern erstmal einfach. Einfach erstmal speichern. Wer weiß, was passiert. Ja, überschreiben. Schlückchen trinken. Der klebt hinter der Tür, genau. Eingequetscht. Oh, 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 was war das denn? Ab da, ist Bob. Aber wir machen das mal ganz primitiv. Zack. Aber wirkungsvoll, ne? So. Nein, 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 nein. Mit seinem Ernst? Ist er tot? Ich weiß. Ich weiß, wie sie sonst ist. 속 So, hier brauchen wir was zum Schmelzen. Wo, 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 wo? Was? Guck, 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 guck. Oh. Puh. Da ist dieser blöde Dreck so einfach gespawnt. Nee, verbesserte Muni würde ich jetzt theoretisch nutzen. Das ist einfache Munition. Hier haben wir in den Third Floor. Also in den First Floor haben wir eine Tür zum Verschmelzen noch. Haben wir schon? Wo ist hier ein Panse? Ach, da drüben der, Heino. Ja, klar. Dann werden wir auch mal eben kurz nochmal weg. Oder auch nicht. Oh, was zum Verschmelzen. Okay. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Oder müssen wir was übersehen haben? Also. Die Brücke. Die Brücke. Zur untersten Ebene gehen und Ethan retten. Den Fahrstuhl reparieren. Ein Netzkabel finden. Die Tür mit Edzmittel öffnen. Okay. Ich habe aber kein Edzmittel, oder? Nein. Hm. Jemand in die Idee? Zedrick, du bist doch hier unser Genie in person, oder? Oh, oh, guck mal hier. Ach so. Das ist doch kein... Ah ja, klar. Ja. 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 Da ist auch schon alles. Raum mit der... Okay. Also hier irgendwo war das, ne? Ja. Okay, 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 okay. Machen wir die Jitsu hier. Ein Rätsel, okay. Was könnte denn ein Anhaltspunkt hier sein? Achso, okay, gegenüberliegend. Der Spiegel verkehrt? Jo, das war's. Edsmittel. Ja, ist eine gute Sache. Jetzt frage ich mich, was wir gerade getriggert haben. Wir müssen jetzt mal gucken, wo haben wir denn noch? Oben. Dritter. Erster. Den zweiten. Also gehen wir einfach mal nach oben und etzen da ein bisschen weit weg. Mache. ... Das war's. Oh nein, ach das war die Brücke wo die... Oh hier die Tür. Natürlich nicht auf. Jetzt kommt das Mädchen, ja, kommt das Mädchen glaube ich. Jetzt lädt irgendwas. Das war's. 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 Das war's.